Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, wir haben hier wieder einen Parallelbewerb. Zwei Sprühe fliegen nebeneinander. Nein, nein, das sind ganz normale Linienmaschinen, das ist ganz normal, das müssen wir verstehen. Im einen war kein Platz mehr, da haben sie halt gesagt, Herrs Frauens, bringen wir es da im zweiten ein, weil sonst können wir die beiden alle nicht mehr nach Jamaika fliegen. Und interessant, heute ist schon wesentlich mehr gesprüht worden, weil hier sehen wir am Horizont schon etliche wunderschöne Linien. Und hier haben wir schon die nächsten beiden. Ich hoffe, ich kriege sie auch scharf herein. Sekunde bitte, da sind wir, hier sind sie schon. Ihr seht sie, also wieder zwei nebeneinander. Ja, ja, die sind so schwer ausgelastet, die Fluglinien. Es ist unglaublich, jetzt müssen sie halt splitten. Und da fliegen sie halt nebeneinander, gell. Das ist halt einmal so. Muss man verstehen. Und hier drunter ebenfalls, wo ist er denn bitte? Ach, da ist er, da ist der zweite. Ich bin schon ungeduldig. Ich bin jetzt am Aufbruch. Ich möchte nämlich meine Runde trennen und da sind wir die dazwischen geflogen. Frechheit. Aber alles natürliche Phänomene, alles ganz normal. Das ist, das ist halt so. Das ist halt so in unserer Welt in Takatuka-Land. Ende, Ende, Ende.